Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer zu einer weiteren Runde Tolo Warhammer Replay. Spaß! Und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass ich am Samstag, den 11. Januar 2020, in der Banner Tournament von... wie heißt der nochmal? Aerocrustik mitgemacht habe und auch Ludwig15000 hat mitgemacht und... ja, das Glück oder das Unglück gehabt, direkt in der ersten Runde oder so in der zweiten gegen Mukib anzutreten, ein extrem guter Spieler. Ludwig hat nur 15.000, ist natürlich auch ziemlich gut. Und da ist noch Luft nach oben und er hat wenigstens ein Spiel gespeichert hier. Und das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Einmal auf der Seite von Ludwig, da sehen wir die Skaven, auf der anderen Seite die Tiermenschen von Mukib. Und ich muss sagen, im Meta, was das auch immer ist, darüber kann man sich streiten, aber wir wissen eigentlich alle, was es ist, nämlich typische Armeen, die gegen eine besondere andere Armee mitgenommen werden. Hat sich bei den Tiermenschen auf jeden Fall einiges getan. Vor allem generell sieht man sehr viele Gnargors in der letzten Zeit. An sich, von ihren Werten her, relativ schlecht. 24 Nahkampfangriff, 16 Nahkampfabwehr, Rüstung auch nicht sonderlich hoch. Geschwindigkeit ist aber ziemlich okay. Führerschaften, ist auch ganz in Ordnung. Und die Waffenstärke ist schon echt beeindruckend. Mit 36 Rüstungsdurchdringen und 46 Angriffbonus, eindeutig eine Schocktruppe. Auch ein vergleichsweise günstiges Regiment, um was zu haben, was gegnerische, monströse Regimente aufhält. Und dazu, davon sind 1, 2, 3, 4 Regimente beim Mukib dabei. Also richtig hammerhart darauf gesetzt. Ansonsten hier, Teammenschen, sehen wir Ungors, Ungors, Gors, Ungors, ein paar Ungor-Plünderer und einen bereits fast toten Malagor, das dunkle Omen. Wow. Und der hat nicht mal seine Zügerbeschwörung dabei. Überraschend. Dafür geschieht es also Damage-Sprüche. Ein Gorbulus-Stumbul ist dabei. Das war es mehr oder weniger. Und im Hintergrund haben wir auch noch einen Haufen Hunde gesehen. Skaven, die allerdings noch ziemlich weit von den Skaven entfernt sind und bald reinlaufen sollten. Skaven mit einer Formation aus zweimal Jezzals, also sehr Jezzal-lastig, gegen so eine Sturmarmee wie die Tiermenschen. Das kann in die Hose gehen, aber tatsächlich hat es ihm hier gerade einiges gebracht. Denn Malagor, das dunkle Omen, ist fast um sein Leben gebracht. Ansonsten sehen wir hier eine Armee, die mir gut gefällt, so wie ich sie früher häufig gemacht habe. Letzte Zeit nicht mehr so oft. Wir sehen einmal eine Reihe von Seuchen-Mönschen. Und Seuchen-Mönschen, die haben Bonus gegen Infanterie. Gute Damage-Dealer, aber ein bisschen physische Resistenz. Nehmen allerdings auch selber ganz gut Schaden. Ratten-Uger dabei, eine der besten Sturm-Truppen, die die Skaven haben. Wir sehen noch ein paar Clan-Ratten. Zweimal Eschen-Triaden. Hier im Hintergrund und ein grauen Prophet mit Seuchen. Ich weiß, Ludwig nimmt den gerne mit, weil er Sturmratten mit Hellebarben beschwören kann. Und Rattenflut hat er auch dabei. Also nur zum Beschwören. Ich denke, gerade gegen Tiermenschen lohnt es so ein Pest-Odem eigentlich schon ganz gut. Also Höllengrubenbruder ist auch dabei. Eines ist klar, diese Jezals werden sehr bald kompromittiert werden durch die Chaos-Hunde. Gut, die Eschen-Triaden können dagegen kämpfen. Allerdings Chaos-Hunde sind nicht groß. Da kriegen sie nicht ihren Bonus gegen groß. Aber es geht los, Leute. Es geht los. Und wir sehen uns das jetzt hier schön an, wenn die Linien aufeinandertreffen. Wir gehen in den Kino-Modus und Bäm! Aha, fantastisch. Fantastisch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich einfach so klasse finde, wie toller Wormer aussieht. Ah, es ist einfach unglaublich episch. Was ist jetzt passiert? Okay, die Linien sind aufeinander getroffen. Wir sehen, oh meine Güte, meine Gott, das dunkle Ohm weiterhin beschossen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein großer Fehler hier, ihn so in das Feuer der Jezals reinlaufen zu lassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Mookip damit gerechnet hat, den Gegner frühzeitig auszuschalten. Was er jetzt auf jeden Fall schafft, ist mit den Hunden die Jezals auszuschalten. Und wenn er das hinkriegt, bevor Malagor das dunkle Omen futsch ist. Bam! Menge Schaden gemacht. Dann könnte es für die Tiermenschen immer noch sehr, sehr gut ausgehen. Ohoho, hier im Zentrum sind die Combs-Menschenreißer trotz ihrer hohen Punts und absolut gnadenlos vernichtet worden. Der Assassine mit seinem wunderbaren Bivalenhaupt-Talisman hat hier die Gegner Schellini gebufft. Deswegen Skaden hier noch in sehr guter Verfassung. Sturmratten mit Hellebanen, die beschworen worden sind, haben einen ausgezeichneten Konter gegen diese Gnargors dargestellt. Auf der anderen Seite gibt es einen gigantischen Blobkampf, in dem Gnargors jetzt auch noch gegen Eschentrian kämpfen. Höllen, Ratten oder auch gefluckt. Knallenratten vor einem Urschrei getroffen, aber gut, war eh nur ein beschworenes Regiment. Insofern ziemlich wertlos. Das wäre hier auf die Seuchenmönche auf jeden Fall deutlich wichtiger gewesen. Seuchenmönche im Kampf gegen Gnargors. Treffen wahrscheinlich auch mehrere Modelle gleichzeitig mit jedem Angriff. Daher vermutlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das sieht schon mal nicht so gut aus für die... Obwohl, eindeutig zu Ende ist das hier noch nicht. Assassine macht gerade ein paar Korks Menschenreißer kaputt. Hier auf der rechten Flanke brechen die Skaden vermutlich jeden Moment zusammen. Eschentriaden sind ziemlich schlecht gegen Nahkampfinfanterie. Die Menschen, Urschrei, der ging irgendwie total daneben. Ähm, ich habe fast das Gefühl, Mookie bis hier nicht unbedingt on the top of his game. Vor allem vergisst er auch seine weiteren... Haufenweise Einheiten sind im Hintergrund vergessen worden. Dass das mir passiert, kann ich auch stehen. Aber gut, sagen wir es mal so. Ich habe auch lange Zeit nicht mehr ganz so viel gespielt. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die hier eindeutig einem das Spiel kosten können. So ein Angriff hier irgendwo in den Rücken oder da rein sorgt direkt für das Zusammenbrechen einer Flanke oder sowas. Das kann auf jeden Fall passieren. Und dann hat man ein Riesenproblem. Hat man ein Riesenproblem. Okay, im Höllengrubenbrut allerdings noch ziemlich gesund. 100 Lebenspunkte sind noch übrig. Was war denn das hier? Geziefer, Schwald und Urknall. Hat eigentlich Hauptsinn seine eigenen Korps Menschenreißer getroffen. Und da kommen die Hunde aus dem Hintergrund. Und werden die solchen Biester in die Flucht schlagen. Dann wird diese Flanke eigentlich gewonnen. Die Bestigors haben es gerissen. Und es sieht auf einmal nicht mehr so gut aus für die Skaden. Oh, der Assassine hat es geschafft, Malagor das dunkle Ohmne auszuschalten. Das ist jetzt natürlich ein Riesenproblem für die vier Menschen, die von Grund auf sowieso keine so hohe Führerschaft haben. Assassine war hier eine ideale Wahl. Ich glaube, der Führerschaftsverlust durch den Verlust des Generals. Da werden sie jetzt wahrscheinlich kaum noch durchkommen. Oh, außerdem Angriff Gnargors gegen Eschentrianen. Das sind genau die Gegner, gegen die die Eschentrianen kämpfen wollen. Die haben die bestimmt ruckzuck kaputt. Cycras, oh. Ganz so gut, dass das dann doch nicht funktioniert. Na doch, na doch, da fallen sie. Wie die Fliegen, Eschentriaden. Doch keine so schlechte Idee. Die weine Güte Sturmbulle fliegt erstmal durch 50 Clanratten durch. Höllengrubenwut hat es gut auseinandergerissen, muss man schon sagen. Aber regeneriert sich und hat über noch 1000 Lebenspunkte. Sogar noch ein bisschen mehr. Ist für die Tiermenschen hier noch was zu machen. Sie haben tatsächlich noch einige Regimenter in Reserve. Noch ein paar Gnargors, aber die Centigors, ne wie heißt denn, doch, ne die Bestigors sind auch der Flucht. Grauprophet kann bestimmt noch mindestens einmal regeneriert was beschwören. Und der Höllengrubenwut hat sich gerade regeneriert, wenn die gefallen wäre, wäre hier vielleicht noch ein Terror Rout. Ist hier für die Sturmbullen möglich gewesen. Aber die Antigroß-Höllengrubenwut. Bääääh. Ah, muss es einfach liegen. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder mehr Tiermenschen spielen. Vielleicht kann man mit denen tatsächlich doch ein bisschen mehr erreichen. Ja, und da ist er tot. Wow, der ging ganz schön schnell kaputt. Und damit hat diese Runde Ludwig15000 auf jeden Fall gegen Mukib gewonnen. Ähm, ja. Schöne Runde, hat man auch wieder ein paar Gnagors gesehen. Ein paar Chaos-Hunde. Ich denke, da hätte Mukib schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Ähm, wundert mich, dass er keine Zügerbeschwörung dabei hatte. Ich denke, er wollte so schnell wie möglich die, ähm, Skaven mit seinen Zaursprüchen brechen. Aber direkt hier in die zwei Jazz-Arts reinzulaufen war schon sehr, sehr riskant. Er hatte bestimmt noch vorher ein bisschen früher mit den Chaos-Hunden reinlaufen können. Oder er sich so positionieren, dass seine Frontlinie nicht sofort beschossen wird von den Skaven. Ähm, da hat er meiner Meinung nach einige Fehler gemacht. Ich denke, Ludwig15000, die Armee hätte bestimmt noch profitiert von ein paar Skaven-Sklaven. Wenigstens um die Jazz-Arts abzusichern. Aber so war sie auf jeden Fall deutlich schlagkräftiger. Nette Runde. Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen ist, ähm, Ludwig dann, äh, doch noch ausgeschieden. Gucken wir einmal kurz rein. In das Banner-Tournament. Ludwig, ja, Mukib ist weitergekommen. Weitergekommen und ist dann im Halbfinale gegen El Halkon rausgeflogen. Und gegen den bin ich nachher auch rausgeflogen. Also auf jeden Fall eine coole Runde. Falls ihr den Stream nicht gesehen habt, es gingen irgendwie 5-6 Stunden. Waren ziemlich interessante Spieler dabei. Und ich habe viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, dass El Halkon ein richtig guter Spieler ist. Stellt große Armeen auf, die er auch gut micromanaged. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an Ludwig 15.000 fürs Einsenden dieses Replays. Und bis zum nächsten Mal.